Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, dieses Mal geht es um das Optimieren von SVG-Dateien. Das sind Vektor-Grafik-Dateien, also die sind quasi beliebig auf dem Bildschirm skalierbar. Wo man es mir halt geht bei dem extra klein ist die Dateigröße, dass die Dateigröße möglichst klein ist. Auch wenn wir jetzt sehr häufig wohl Breitband-Internetanschlüsse haben und sonst was, finde ich es immer noch irgendwie wichtig, dass man Daten spart, damit die Dateien kleiner sind und wirklich bloß das enthalten, was auch wirklich gebraucht wird, um diese Grafik jeweils anzuzeigen. Darum soll es diesmal gehen. Erstmal ein paar Informationen dazu. Ich überarbeite gerade meine Webseite. Also ich mache die quasi komplett einmal neu. Ich übernehme natürlich noch alte Teile aus der alten Webseite. Aber das wird jetzt einmal komplett alles überarbeitet. Und eben auch die Seite, wo ihr die Folgen drauf findet mit Nicht der Weisheit letzter Schluss, meine Haut, Huss und was weiß ich alles und das, was ich geschäftlich mache. Also das wird jetzt gerade einmal komplett durchgepflügt. Und dabei habe ich geguckt, was es so für Icon-Sets gibt. Und da habe ich gesehen, bei hier von Google.com Icons gibt es freie Icon-Sets. Also da sind ganz viele verschiedene kleine Grafiken für so Standard-Anwendungsfälle, sowas wie so ein Häuschen für den Home-Button zum Beispiel. Pfeile in verschiedenen Richtungen und sowas sind dabei. Und die kann man runterladen. Also die solltet ihr auch runterladen. Wirklich nur das, was ihr auch braucht, damit eure Webpräsenz keine Verbindung zu Google aufnimmt. Das kann irgendwie eine Abmahnung zur Folge haben. Und ich finde das auch unschön, wenn bei jedem Webseitenaufruf irgendwie eine Verbindung zu Google gemacht wird. Mal abgesehen von dem Datenschutzproblem, was ihr damit habt, ist das eine weitere Fehlerquelle. Wenn dann mit dem Routing irgendwas nicht funktionieren sollte oder Google irgendwas, da gerade mal diese Font-Datei nicht liefern können, sollte es eure Webseite auch noch lahmgelegt. Also von daher, ladet das wirklich runter, packt das in euren Webspace rein und verwendet das dann direkt von dort. Ihr könnt so ein großes Paket nehmen, wo Verschiedenes zusammengebaut ist, also diese ganzen Icons so zusammengefasst sind. Aber ich habe mich dafür entschieden, dass ich mir wirklich die einzelnen Icons dort rauspicke, die ich auch wirklich haben will. Die lade ich dann als SVG-Datei runter, bearbeite die normalerweise einmal mit Inkscape, mit einem Vektorzeichenprogramm. Da habe ich bei mir jetzt zum Beispiel die Farbe angepasst, damit die Dinger nicht schwarz sind, sondern ich habe so einen Blauton drin. Und wenn ich da jetzt so ein Pfeil-Symbol habe, dass standardmäßig nach oben geht, kann ich es auch noch um 90 Grad nach da drehen oder nach da drehen. Und dann habe ich die Pfeile, die ich brauche. Dann speichere ich in Inkscape diese modifizierte SVG-Datei ab. Da gibt es so einen Modus für optimierte SVG-Dateien. Dafür gibt es dann dieses kleine Programm hier, das heißt Score. Damit könnt ihr diese, ja letztendlich Ballast-Teile aus einem SVG entfernen. Ein SVG ist letztendlich auch bloß eine Textdatei im XML-Format. Also da kann man genau sehen, was da drin steht. Da stehen dann irgendwelche Pfade drin, also von da nach da nach da nach da. Dann haben wir so ein Haus, dann steht die Farbe natürlich drin, eventuell noch vielleicht so etwas wie Farbverläufe. So etwas steht da alles drin, ist alles letztendlich lesbar im Textformat. Und dieses kleine Programm hier, Score, das entfernt diese Teile, die wir nicht fürs Anzeigen brauchen. Da es für das Score relativ viele Parameter braucht, um das wirklich optimal klein zu machen, habe ich ein neues Dodger-Tools-Modul gemacht, DT, GFX, Minimize, SVG. Das schmeißt wirklich alles weg, was geht. Einmal das, was Score hier macht. Da wird quasi die maximale Optimierung mitgemacht. Und dann entferne ich auch noch zusätzlich eine Zeile, die wahrscheinlich nirgendwo gebraucht wird. Dann entspricht es ungefähr wieder dem, was hier bei Google Fonts runtergeladen werden kann. Denn da fehlt eine Zeile, diese XML-Zeile, die ich per Hand nochmal oder vielmehr durch mein Skript entferne, die fehlt da auch. Und ich denke mal, bei Google wissen sie, wie man SVGs so kompatibel macht, dass sie unter Firefox und unter allen verschiedenen Chromium-basierten Browsern auch funktionieren. Und so etwas wie Safari vielleicht, dass das da auch funktioniert. Also ich glaube denen einfach mal, dass sie wissen, was sie tun. Für Dinge, die in diesem Video noch kommen werden, brauchen wir die Dodger-Tools. Die Dodger-Tools sind eine über die Jahre stetig erweiterte Sammlung von Bash-Skripten und Debian-Paketen für ja eigentlich alle Linux, insbesondere Ubuntu, Debian, Linux Mint, Nutzer und Administratoren, die ich über verschiedene Jahre mal gemacht habe. Und wo ich mir einfach mal dachte, das ist praktisch auch für andere. Also ich habe diese einzelnen Skripte, die ich gebaut habe, immer für mich selbst benutzt und zum Teil habe ich die jetzt eben geöffnet und die findet ihr in den Dodger-Tools. Dabei sind zum Beispiel Werkzeuge zum Erstellen von Debian-Paketen und Paketquellen, Skripte zum automatisierten Aktualisieren von Servern, intelligentes Editieren von Dateien, so dass ihr dann sagen könnt, ja, wenn diese Zeile vorhanden ist, dann füge darauf folgend Folgendes ein, wenn es noch nicht vorhanden ist. Und all solche Dinge. Damit das Ganze relativ einfach zu installieren ist, habe ich so ein Skript vorbereitet, was ihr eben runterladen könnt. Die URL steht auch da drin. Das ganze Skript ladet ihr nach TMP zum Beispiel herunter und dann mit Weget könnt ihr es eben über die URL runterladen. Und dann führt ihr dieses Skript mit Hutrechten aus. Damit werden ein paar Dinge eingerichtet, also der Signaturschlüssel wird importiert, damit auch überprüft wird, dass diese Pakete auch wirklich von mir kommen. Dann wird eine zusätzliche Paketquellenliste angelegt, damit über APT, das Paketverwaltungssystem von Debian und Ubuntu, diese Pakete, die es bei mir in diesem Dodger-Tools-Repository gibt, auch runtergeladen werden können. Und das Hauptpaket Dodger-Tools wird eben auch gleich noch mit installiert. Es gibt relativ viele einzelne Skripte in meinen Dodger-Tools drin. Die nenne ich ja Module. Und je nachdem, welche Module ihr davon benutzen möchtet oder was ich hier auch in diesem Video vorstelle, braucht ihr mehr oder weniger von diesen Abhängigkeiten, die in einem Modul nicht automatisch mit installiert werden. Wenn es in einem Modul zum Beispiel um Audio-Kompressionen geht, dann wird vielleicht der Ogg-Encoder für das Audio-Format benötigt. Und wenn ihr dieses Modul ausführt, dann werdet ihr eben darauf hingewiesen, dass dieser Ogg-Encoder nicht installiert ist und dass das Skript deswegen nicht ausgeführt werden kann. Und wenn ihr jetzt einfach alles mit installieren wollt, dann macht das über apt-get-install-y-dodger-tools-install-suggests. Ja, genau. Damit kriegt ihr wirklich alles mit. Da wird eine Menge bei sein, was ihr wahrscheinlich niemals benutzen werdet. Aber dann habt ihr schon mal alles da. Oder ihr probiert die einzelnen Module aus und installiert per Hand halt die Abhängigkeiten. So, also das sind jetzt diese verschiedenen Bestandteile, die es hier gibt. Wir gucken gleich auch nochmal rein in dieses Skript, beziehungsweise das, was in meinem Dodger-Tools-Modul drin ist, was das so macht. Aber erst mal grundlegend, wie ich das jetzt so gemacht habe. Ich spiele das jetzt einmal kurz für euch durch. Ja, ich bin jetzt auf dieser fonts.google.com-Icons-Seite drauf. In der virtuellen Maschine das Ganze. Und hier unten habe ich verschiedene Icons. Also einmal User Interface Aktionen habe ich dort. Also dieses Häuschen, was ich meinte. Also für zurück zum Anfang, also zur Startseite zum Beispiel. Menü, was zum Schließen, Einstellungen und so weiter. Dann kann ich hier einmal sagen, ob ich gefüllte Icons haben möchte oder ungefüllt. Dann kann ich sagen, wie dick die Linien werden sollen. Das kann ich mir hier aussuchen. Und dann hier, ja was macht das jetzt eigentlich? Also wird auch irgendwie noch ein bisschen dicker. Dann kann ich hier noch das ausblenden. Dann kann ich hier noch die Basisgröße nehmen, wie groß meine Icons prinzipiell sein sollen. Also sein SVG ist zwar beliebig groß und klein ziehbar. Aber damit kann ich quasi so eine optische Basisgröße setzen. Wenn ich jetzt eins von diesen Icons haben möchte, ich nehme jetzt einfach mal dieses Haus hier, dann hätte ich hier einmal die Variante, ich kann das einbinden in meine Webseite. Das würde ich nicht machen, denn dann wird jedes Mal hier eine Verbindung zu diesem Fonts Google-APIs.com-Server aufgemacht. Dann weiß Google, was eure Webseitenbenutzer sich dort gerade angucken oder, ja, welche Seite sie aufgerufen haben. Das ist ein Datenschutzproblem, also das macht nicht. Dann könnt ihr aber weiter unten hier sagen SVG, das runterladen. Das ist das, was ich mal mache. Und ich benenne das gleich einmal als Test. Denn in meinem Skript, was ich nachher zeige, heißt es auch Test. Dann haben wir es schon mal. Und wie wir hier sehen, haben wir 317 Bytes. Wenn ich jetzt mein SVG, was ich gerade runtergeladen habe, ein bisschen anpassen möchte, dann nehme ich hier Inkscape, dann einmal Datei öffnen. Und das habe ich unter Downloads reingeschmissen. Und da habe ich jetzt mein Häuschen. Wenn ich dieses Haus jetzt in einer anderen Farbe haben möchte, ich möchte das vielleicht so dunkelblau haben, dann kann ich das Ganze wiederum hier abspeichern. Aber ich habe verschiedene Methoden, wie ich speichern kann. Also wenn ich sage, hier speichern unter, dann habe ich ja mal Inkscape SVG. Und das enthält zusätzliche Informationen für, ja, für die Weiternutzung in Inkscape. Die sind nicht dafür nötig, dass man es im Browser anzeigen kann. Und die machen das Ganze auch deutlich größer. Wenn ich mir das jetzt mal angucke, ich gehe jetzt da einmal rein in dieses Downloads-Verzeichnis und gucke einfach mal auf die Dateigröße. Also ich habe hier das Original, was ich von Google runtergeladen habe und dann die Variante, die ich jetzt über Inkscape eigentlich bloß in der Farbe verändert habe und neu gespeichert habe. Da habe ich hier jetzt eine Vervierfachung ungefähr von der Dateigröße. Bei kleinen Dateien fällt das natürlich besonders ins Gewicht, aber diese Icons, die sind ja normalerweise relativ klein. Wenn ich jetzt einmal reingucke, was drin steht, das ist jetzt hier dieses Original von Google. Also da gibt es so einen SVG-Bereich, dann irgendwie was für eine Art von SVG das ist. Dann hier die Höhe und ja, Informationen, wie man das rendern kann und die Breite und dann so ein Pfad, von wo nach wo die Linien laufen. Und irgendwo da drin steht dann auch noch die Farbe. Wenn ich mir jetzt die Variante angucke, die Inkscape jetzt so geschrieben hat, dann sieht das so aus. Da haben wir jetzt ganz viele Inkscape eigene Informationen und am Ende haben wir wiederum diese Fahrtinformationen. Und ja, also das ist halt deutlich länger. Also es ist natürlich schöner zu lesen, aber höchstwahrscheinlich werdet ihr so eine SVG-Datei auch nicht lesen orpanend editieren. Also normalerweise nicht. Also ich habe sowas jetzt zwar mal gemacht, aber ihr werdet es wahrscheinlich nicht tun. Und ein Unterschied dabei ist diese XML-Zeile am Anfang. Die legt dann das Encoding fest, also den Zeichensatz mit den Zeichen, die drin vorkommen können. Und da ihr, wenn ihr nur Pfade drin habt, also diese eine Linie von A nach B und von B nach C und so weiter und dann habt ihr das Haus wieder, diese Informationen, das sind ganz einfach Buchstaben, Zahlen, Punkte, Leerzeichen und so weiter. Also ihr habt da keine Umlaute drin oder keine anderen landestypischen Sonderzeichen. Also von daher braucht man jetzt UTF-8 eigentlich auch nicht. Und Google nimmt diese Zeile auch daraus bei ihren Icons. Also von daher denke ich mir, es ist relativ sicher, diese Zeile auch zu entfernen. Wenn ich jetzt das Ganze optimieren will, über Inkscape habe ich natürlich noch eine Möglichkeit. Ich kann hier sagen, Speichern unter. Und dann gehe ich hier unten drauf und gehe etwas weiter runter. Dann gibt es hier optimiertes SVG. Und wenn ich da jetzt draufgehe, das nenne ich mal anders, damit wir auch gleich den Unterschied sehen können. Und dann kann ich hier noch ein bisschen was optimieren, Farbwerte kürzen, ja, Rasterbilder einbetten habe ich jetzt nicht. xml-Deklarationen entfernen, können wir mal machen, Metadaten entfernen, Kommentare entfernen. Das können wir alles so machen. Dann ist es wahrscheinlich schon relativ gut. Und... Ja, und mal gucken, geht es trotzdem. Genau, ich habe jetzt schon eine optimierte Variante, die ungefähr wieder genauso groß ist wie das Original. Also da habe ich hier, ja, letztendlich das drin. Ich habe auch diese XML-Zeile nicht drin. Und wenn ich das jetzt anders abgespeichert hätte oder diese Optimierungsoption bei Inkscape nicht gewählt hätte, habe ich noch die Möglichkeit über Score hier Optimierungen durchzuführen. Ich habe meine Datei hier test.svg genannt. Die lege ich in der Variablen in ab. Dann mache ich hier eine Sicherung, indem ich das Original, also diese test.svg-Datei einmal umbenenne in test.svg.org und dann mache ich die, ja, die Optimierungsoperationen von dieser org-Datei als Eingabedatei zur Ausgabedatei, die wieder so heißt wie mein ursprüngliches SVG. Also von daher habe ich insofern durch das Umbenennen Backup gemacht. Dann habe ich hier verschiedene Optionen. Also könnt ihr genau nachgucken, was die machen, indem ihr Score Freifeld minus minus Help eingebt. Da wird dann beschrieben, was diese Optionen nun wirklich genau machen. Dabei gibt es keine, ja, also hier gibt es zwar irgendwie Strip XML Space, das entfernt aber nicht diesen XML Tag, diese Zeile. Die nehme ich da dann nochmal per Hand weg oder, ja, nicht per Hand, aber in meinem Skript habe ich nochmal extra hier einen Befehl für mit dem Streaming Editor, der diese Zeile entfernt und mit dem minus i hier sage ich, dass diese Änderungen sofort in meiner Zieldatei geschrieben werden sollen. Und dann kann ich hier nochmal gucken, wie die Größen so im Vergleich sind. Ja, und das gucken wir uns jetzt nochmal an. Also das wird jetzt höchstwahrscheinlich nicht großartig was bringen, weil das mit diesen Optimierungsoptionen von Inkscape ja schon ziemlich gut Zeug rausgeschmissen hat, was man nicht braucht. Damit wir jetzt nochmal sehen können, wie sich diese Modifikation auch auswirkt mit dem Optimieren gleich, mache ich aus meiner optimierten Inkscape SVG Datei wieder diese Testdatei, damit das mit meinem Skript auch wirklich hinkommt. Dann nehme ich mir hier mein Skript, was ich da jetzt einmal inzwischen ablagekopiere, hier einmal einfüge und dann lasse ich das einmal durchlaufen. Und da sehen wir jetzt, dass die Variante, die jetzt Inkscape schreibt mit 313 Bytes im Gegensatz wie 312 schon sehr dicht dran ist. Also da ist quasi kein Optimierungsbedarf mehr bei. Also das, was Inkscape mit diesen Optionen, wie ich sie gerade gewählt habe, macht, ist sehr, sehr klein. Da werden wir jetzt nochmal kurz gucken, wie das ist, ob man das auch anzeigen kann im Webbrowser. Also ich nehme jetzt ein Firefox und wenn ich mir hier mein Verzeichnis mal kopiere, also mein Downloads-Verzeichnis, wo das Icon drin ist, das hier oben mal reinkopiere in die Zeile. Mit dem Firefox kann ich auch auf lokale Daten zugreifen und hier mal gucke, dann habe ich hier jetzt mein blaues Haus drin. Ja, genau. Also wenn ihr das mit Inkscape schon ordentlich optimiert, mit diesen Optionen, müsst ihr da eigentlich nicht mehr wirklich was machen. Wenn ihr andere Optionen wählt, dann sieht das natürlich deutlich anders aus von der Größe her. Also der optische Eindruck soll natürlich dasselbe sein. Und dann könnt ihr mit diesem Score-Skript und mit dem Rauschmeißen von dieser XML-Zeile relativ viel Speicherplatz nochmal sparen. Ja, und ihr solltet dies optimieren eben als letzter Schritt machen, weil diese ganzen Informationen, die Inkscape normalerweise mit dazu packt, gut sind, damit man das weiter bearbeiten kann, diese SVG-Datei. Und ja, optimieren als letzter Schritt, nicht davor. Genau. Ja, das war es dann für dieses Mal. Ich hoffe, es hat euch wieder geholfen. Darum mache ich das Ganze ja auch. Ich stecke im Moment ja eben noch in dem kompletten Umbau von meiner Webseite und da beschäftige ich mich mit vielen einzelnen Themen, die ich vorher noch nicht so behandelt habe. Also mit diesem Optimieren von SVG-Dateien. Das habe ich vorher eigentlich nie so angefasst. Aber man lernt immer dazu. Das ist schön dabei. Ansonsten macht es nach, macht es nicht nach. Abonnieren, Glocke drücken und weitersagen. Ja, und bis dann. Und tschüss. Glocke drücken Glocke drücken Glocke drücken Glocke drücken